ausgebummt. Ninja krieger. Alter, ich bin echt ein Ninja. Ja hallo, was geht? Wir spielen eine Runde Titanfall. Mit dabei natürlich wieder der Jan-Christoph. Guten Tag. Ja. Oh, die Map mag ich. A-Point, die ist geil für A-Point. Ja, die ist geil. Ich bin übrigens direkt bei Alpha, wollte ich mir mal so anmerken. Okay, das ist so langweilig. Ich laufe nie zu einem Punkt, der bei dem Spawn ist. Ich laufe immer meistens zu Bravo. Oh, Bravo wird schon übernommen. Ja, lauf mal hin. Kommst du mit zu Bravo? Hallo? Ich bin schon bei Bravo. Ach so. Ich bin unterwegs, warte. So, den habe ich. Warte, ich will noch Punkte bekommen. Punkte, Punkte. Da oben. Hoch, hoch, hoch. So, 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 so. Ja, geil. Arsch. Punkte. Oh. Ne, der war ja nicht. Rekrutierter. Rekrutierter. Oh. Aus dem Fenster, aus dem Fenster. Der ist tot. Okay. Was zum Ficken ist ein Rekrutierter. 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 FRONTZÖRTERER. Das ist, wenn man diese BRUNKоеinsetzt, dass die einem gehören. Ja. Also, die FRONTZÖRTEREN gehören nur zu einem und machen für einen dann auch Punkte. Gut, dass ich dich habe. So viel EINEMS. Ne Drohne, ja. Gut, dass ich dich habe. So, erstmal ne Drohne ausgebummt. Ninja Krieger. elektro elektro geschützt mit kondensator wo ist der kondensator da und macht mir schaden das war dumm das war richtig dumm hast du noch mal was dazu gelernt unsichtbar denn aber außerdem einmal geschossen blöd du bist gerade unsichtbar kommt dann danach auf die taste und dann in solarzellen gelassen green ist das ja ich gehst du ich bin bei ja und was gibt es noch kann es gibt noch irgendwas los ist jetzt mal ist aber ich wollte vorwärts in a380 so ich bin bei alpha weil bertram und erober den gerade alleine so schön alle punkte abkassieren noch gerade allein bei den ganzen sichert schnell raus und kriege ich noch stress das will ich noch nicht what the fuck was war denn das gerade ist auf jeden fall gestorben das war so knapp alter so ein pixel bevor wir ja hier ist unser punkt wurde ich gekillt einen pixel vor ich habe es geschafft wurde ich gekillt mhm alter ich hätte die punkte alleine bekommen hast du wohl nicht leckt mich doch Junge der macht mal am lolli los gehen schön boah ich finde das parcours immer noch so extrem geil gemacht ja das ist halt geil ich glaube ich habe mich in der luft gehen ich war doch unsichtbar einfach in die luft zu spät nee nee ich war zu ich habe mich zu spät unsichtbar gemacht haben sie mich schon gesehen aber sagen wir mal so ne also ich bin in den bahn brechen kann er ich bin in der nähe von charlie vielleicht magst du ja auch dahin kommen ja ich bin 50 meter entfernt okay dann komm schnell her okay wir sehen du bist da ich denke ob er deswegen so schade ist es eigentlich wenn man näher dran liegt dann steht geht das dann schneller oder kommt ich habe noch die stellung gehalten nein da kam von draußen einer ja ich habe es überlebt und hat unter punkte bekommen von daher nicht schlecht wahrscheinlich schon wieder heute so nice richtig nice nein raus 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 raul da habe ich wen raus die maus und ist denn auf der mg habe ich nicht daran gedacht muss ich einfach mal zu meiner anstande gestehen okay ich habe auch schön und dann gehen wir wieder zu charlie zum lieben da kann man schön mit dem titan rein ist es gut kommst du mit zu schaden ich bin gerade tot aber ja 130 meter also muss man nicht weiter und gehe ich da schnell rein du das auch gleich da bekommen titan rein glaube ich oder von denen übel schaden gemacht so bitte ne ne durch ja wow fuck elec alter ist ja auf mich rauf getreten oh nee okay ich bin der erste finde ich gut also ich persönlich muss auch öfter mal sagen ich mag hardpoint ja auch ganz gut wow fuck fuck von hinten so weit kam der erste gesprung oh hohoho wie ist denn der 39 okay ähm ich bin hinter dir mein lieber mein bester das ist ja gut mein kattoffel mein currywurst ach schnitzel nein wo ist der denn ja den habe ich ausgeschaltet und er ist tot B ist doch schon jetzt ne unterwegs ne wer hätte gerade einen titan geöffnet ooooh nein nein ich drücke aussehen E und werfe ne F und werfe ne ne weißt schon ne Yoshi ne Rucksackhahn und da ich sowieso schon so wenig Leben habe ich gehe jetzt A einfach so äh äh A da hinten so Alpha das schaffst du nicht mehr ne schau dir auch nicht obwohl ich weiß nicht wo du bist also ich bin jetzt gerade bei B so dich habe ich ne nur das sollte ich der mich noch den Klee mache so wo ist der ja das leider Sprungtritt mhm wow alter ne ich spring so aus dem Fenster raus und dann der der kriegt mich einfach direkt alter hat der einen Wallhack warum der hat aufgeladen ne also der hat die Plasma und aufgeladen genau zu dem Zeitpunkt als ich da rauskam hatte der Wallhack ich habe richtig gesehen wie da meine meiner Spur nachgeraden ist das entweder hat er dich gesehen und es ist einfach der Zufall der Spur gefolgt aber eigentlich wir werden es nie wissen aber was ich ja gut finde ist ähm wenn du hier cheatest oder hackst ne ja dann hast du eine eigene Lobby ne ja dann komm dann kannst du auch nur mit Cheatern zusammenspielen ne und äh nicht äh dass dein Account nicht gesperrt wird oder so hast du nicht geil echt gut gemacht jep harpoint neutralisiert und gleich habe ich Navo gehabt alleine gemacht sehr geil komm ja ja aber im Kreis laufen kann ich gut ja boah dieser Todmannschalter ich liebe das Teil so weißt du ein Tod äh Dingschalter liebe ich total noch erster ha 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 gut 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 ich bin gerade sowas von schlecht ich das hier äh mit den 300 und so hier bei äh harpoint neutralisieren und so dass ähm wie oft der gemacht wurde glaub schon oder nö weiß ich nicht kann ich dir nicht sagen ja ich mir auch nicht dann frag ich dich ja besiegt kacke das ist doch doof aber das heißt echt guck dir mal meinen Punkteanstand 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 ich hab mich überhaupt nicht äh das kennt man besser von dir ja was soll ich da sagen hä hä weiß ich nicht was du sagst alter der 111 Pilotenkills gemacht nicht schlecht nicht schlecht hab ich auch schon öfters mal gehabt ja aber egal ich guck dir übrigens gerade zu ist so spannend so den haben wir ja oh boah also wenn du Glück hast schaffst du das wenn du kein Glück hast schaffst du es nicht okay spring raus und dann du kannst es echt gut schaffen Junge das wird aber arg ja spring von einem zum anderen schnell beeil dich sprinten 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 oh ne du kannst es schaffen du kannst es schaffen okay jetzt nicht mehr nein hättest du vielleicht sogar noch schaffen können das war echt arg knapp du hättest es zwar im Flug bekommen noch vielleicht aber hättest es theoretisch noch schaffen können und jetzt zerreckt er einfach Alter die KMP sieht echt geil aus so von oben weißt du genau was anderes kann ich einfach nicht machen meine spezial ja mein spezialgebiet ist einfach Alter ich bin am öftesten aus dem ganzen spiel gestorben am öftesten am meisten oder keine ahnung ey ich kann deutsche noch nicht ich bin doch Niedersachsen mir kommt das wort öftesten ein bisschen ja keine ahnung ich bin mehr gestorben als alle anderen zufrieden ja das ist auch ganz gut gut das ist wenigstens eine Befriedigung dafür dass ich trotzdem gesteckt habe gut und nach dieser eigentlich mal wieder guten Runde ne ne das war eine scheiß Runde für mich war sie gut ähm und unserem kleinen Deutschstreit verabschieden wir uns mit diesen Worten von euch wir hoffen es hat euch mal wieder Spaß gemacht ja genau und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder also einfach wenn es wieder heißt halt voll oder Minecraft tschüss tschüss